Na, das ist runter! Ja! Gut gemacht, Freunde. Komm runter, es kann nichts passieren. Danke, Meister Manni. Danke, Rosti. Du warst dort oben ganz schön tapfer. Durch dich konnte ich wieder runter. Oh, war doch eine Kleinigkeit. Hauptsache, wir müssen sowas nie wieder machen. Ja, das hoffe ich auch für dich. Wenn sowas wieder passiert, Menino, kannst du sicher sein, dass Meister Manni und seine Freunde herkommen, um zu helfen? Ja! Du warst so tapfer und vorsichtig. Vorwärtslich. Hopp. Nicht zur Mama. Zum Papa. Prost. Hm, Mr. Lopat hat die Ohren noch an seinem Gartenschlauch herum. Vielleicht braucht er unsere Hilfe. Hm. Nein. 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 Nein.